Junge, die ist heute früh irgendwann weg. Ich hatte das nicht erzählt, weil ich ein bisschen noch was hier gemacht habe. Aber ich habe ein bisschen für mich gepuzzelt. Ich habe mir ein bisschen was angekriegt, ein paar Sendungen und wollte einfach ein bisschen für mich mal sein. Das ist schwer, wenn sie da ist, dass ich mal was für mich tue. Ich fühle mich auch für alle verantwortlich und ich bin immer eingebunden, wenn sie hier ist. Das ist ja so ein regelmäßiger Ablauf. Dann wird gekocht, dann wird gefrühstückt und dann fahre ich ins Bauhaus. Ja, das sind so Abläufe. Ich sehe auch nicht, das ist alles so eingefahren. Das ist schon ein richtiger Rhythmus, der so sein muss. Der Rhythmus, wo ich immer mit muss. Jetzt ist die Nachstrahl und ich freue mich. Da habe ich mal sturmfreie Bude hier bei mir.